Hey Internet und YouTube zurück beim Slenderman. Wir fuhren mit dem Lift und gehen wieder raus, anstatt dass ich einfach runter umging oder den Berg hinauf kletterte. Oder wie auch immer. Gut, ich bin nicht Lara. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Bin ich Sea Art? Bin ich Kate? Bin ich... Bin ich der Slender? Bin ich die Slender? Die Slenderin? Gebt mir das. Ich weiß, du bist irgendwas. Irgendeine Notiz, die ich nicht durchlesen werde. Blablabla. Okay, dann... Warte mal. Ja. Zum Turm, oder? Safety, Safety Turm. Und die Frage ist, kann ich hier runter fallen? No. Na, immerhin. Ich kann zwar von Slenderman getötet werden, aber ich kann nicht einen Berg runter fallen. Puh! Gott sei Dank, Toll. Ich folge einfach stur. Kein Selbstmord für mich. Selbst wenn ich... Ah shit, rechts gehen, Gefahr sehen oder links gehen. Und Gefahr sehen. Okay, links gehen. Endstation. Okay, das hätte mich nur runter... Super. Oh, ein Licht. Ich habe auch ein Licht. Wir sind Verbündete. Na klar, gehen wir in eine Höhle in eine sich. Ja, gehen wir in eine Höhle. Was... Gut, das war weniger eine Höhle, aber... Notiz. Ich will sterben, 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 ich will sterben. Hm... Lasst mich mal eins und eins zusammenrechnen. Drei. Jemand wollte leben. So, Nummer 11. Outside. I need to die, before it catches me. Hands have teeth. Please tell no one I love them. Das ist super. Das ist ja nicht ein Abschießbild. Oh, na klar, das Lennermann hat eine Kamera installiert. So creepy. Was? Security has the locket. Okay, 8 Dinger verschließen, kein Problem! To the woods, ah! Okay, welche... Könntest du die Tür aufmachen?! Äh, zu machen! Hallo? Du bist nicht zum Schließen Du Bist nicht zum Schließen Ich wette, ich hab wieder sieben Und dann ist es vorbei Du Haha, eins Bei sieben gehe ich drauf Zwei, easy Das ist nicht zum Schließen Dann machen wir doch die Eingangstür als erstes zu, oder? Drei Nix Und zu, bitte Vier Perfekt, perfekt Fünf Haha Fünf Easy Shit, das ist nix Und wer spielt diese liebliche Musik? So lieblich war sie nicht Oh, shit Fünf Fünf Shit Nicht umdrehen Er ist nicht hier Aha, sechs Das ist keine Aufforderung für die Masse Okay, sechs, sechs, sechs Sechs Ah Fuck Fuck Hide in your room Oh, ich hab ja sechs Was ist my room? What is my room? This is my room Oh, shit Oh, back, 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 back Oh, ich bin im Badezimmer Oh, no Privatsphäre beachten Das ist meine Das ist mein Hier aus Und runter Okay Mach ich hier Ah Oh, voll Dein Ist es raus Ist es raus Nein, nein Rückzug, Rückzug Drück's nicht hin Aus Drück's nicht hin Aus Panik Wer macht denn hier die Türen zu? Ich bin doch so dämlich im Öffnen Ah Jesus Christ Oh Was ist die Garage? There's no point No Ich hab sieben Ich wusste es Ich geh drauf bei sieben War das jetzt nicht richtig? No 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 Oh No No Ich kann nicht durchs Bett springen No Hör auf No No Give it Sieben 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 Er ist weg Es geht nicht so auf mein Zimmer Verdammt noch mal No 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 Hallo Was Was zum Henker? Bin ich tot? Gut, dann könnte ich nicht die Taschenlampe betätigen, oder? Tote betätigen keine Taschenlampe Gott, schon viele T's Okay, ich glaube ich muss das Gebiet neu starten Irgendwas hat der jetzt Shit Okay Folgendes Wenn ihr alles schließt Ist er trotzdem im Zimmer Und sie macht dann noch eine kurze Animation zum Fenster hin Es klirrt Und sie sprang anscheinend raus Und dann bin ich wieder hier Deswegen musste ich das jetzt nicht zeigen Außerdem Hätten wir dann sowieso wieder einen Absturz Und ich müsste die Aufnahme neu melden Also das ist der einzige Unterschied Der dann passiert Und ich kam ihm danach Und sie schrie im Wald rum That's The thing Und jetzt muss ich anscheinend wieder den ganzen Weg zurück gehen, oder wie? Nachdem ich das geheime Sechste Es war kein Sechste Dann kommt sie auf sowas Wer schaut an sowas? Niemand Und wie dem auch sei es hier noch eine Notiz Die wir alle lesen werden The house had to go It can't save me anymore Ja klar Der house had to go Mr. house Es ist Zeit zu gehen Bitte pack deine Sachen Ich möchte dich nie wiedersehen Aber ich möchte noch hier bleiben Haus Ruhig jetzt Pack deine sieben Sachen Das Haus packte seine Sachen Und ging Hast du nicht was vergessen, Haus? Oh, okay Schlafanzug Okay Du Ah, ein bisschen eine Notiz Meet me by the street in an hour Bla 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 I know how to fix all of this Sicher Da bin ich mir absolut sicher Ich kann auch die Polizei rufen Graffiti Störung Ich bin so sorry Ich bin so sorry Für alles Ist es deine Schuld? Ja was Ja, ist es klar Ja, super Ich weiß, dass du das fixst Und jetzt By the time you read this Ist es bereits zu late Für dich Don't let him into anymore Bla 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 Ich bin so sorry Ich bin so sorry Ich bin so Entschuldigung Ich bin so Ich bin so Ich bin so Ich bin so Okay Na so Verfolgt konntest du nicht sein Mit all der Kritzelei Für die du noch Zeit hattest Okay Ah, servus Und go Wohin? Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Das ist das Licht Zum Lichthaus Lighthouse Übersetzt Lichthaus Ja, googelt doch Wenn ihr mir nicht glaubt Verdammt nochmal Au Ich muss nur dorthin Ist überhaupt kein Problem Das ist überhaupt kein Thema Ich bin auch so gut wie hier Dort Gleich hier Au Run Direkt durch dich Wunderbar Wunderbar Funktioniert prächtig Oh, ich bin hier Tatsächlich Nope Video Oh, shit Oh, shit Weiter Go, 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 go Wie ist das? Du musst die Key Oh, shit Oh, shit Oh, shit I need a key Oh, key 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 Okay, go, go, go Go, 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 go Unlock die Tür Perfekt Perfekt Was ist jetzt mit der Die Taschenuppe ist aus Oh, shit Ja, das ist typisch Typisch Hallo? Oh, shit What? What, what, what? Go, 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 go Wieder jede Menge Zeit zum Schreiben I failed you I failed you Keita, please I, I can't I can't I can't Keita I can't Hold up No I'm so sorry Forgive me I'm so sorry Das nenne ich einen langen Schrei Was ist denn? Sag mal, blinkt es auch, wenn du mich siehst? Oh, shit Soll ich nicht beim Fernsehen ab? Was ist denn jetzt? Was soll ich denn klicken? Soll ich was klicken? Was ist? Hallo? What? Ich such mich hier zum Affen für nix Was? Was, was, was? Am besten Ich bin das alles nochmal und lesen das genau durch, was nein, das glaube ich nicht Okay, das war das Arrival-Spiel Danke fürs Zusehen Macht's gut Und Und Wenn ihr irgendwelche Zettel findet, nicht einstecken, also die kann es sehen Geheime Videokamera-Aufnahmen, nicht ansehen, weil, wozu? Und Besser unwissend sterben Sterben ist sterben Also Wenn ihr jetzt mit viel Wissen Stirbt Stirbt Gestorben Getötet Wurst, oder? Eigentlich ist doch Wurst Hätten wir gleich am Anfang an sein können Okay, hallo Du bist der Typ mit dem Schatten Ich bin irgendein Mensch Du kommst, um mich zu holen Und anscheinend Das war's Ich meine, die Sache ist geklärt Die Sache ist gerett Wir brauchen keine Fenster zumachen Keine Notizen Aufheben Wir wollen nicht so viel laufen Die Sprint-Taste war Puh Das ist doch alles viel einfacher Ich weiß nicht Ich bin verwehrt Und emotional aufgewöhnt Von diesem Ende Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss